Puh! Drei Wochen, Alter, das ist die Infektion. Sie ist immun, hm? Deswegen ist sie so wichtig. Da, da! Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben! Check die Gräben! Ich kann mich nicht sehen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen? Wo lang müssen wir? Müssen wir da lang? Da unten bleiben, sonst sehen Sie dich. Na los, Kleine. Na bei Joel. Ja, wir laufen mal hier lang. Was, du was zum Werfen? Mit Blaschen oder so? Ja, hab ich. Dann wirst du irgendwo weiterhin da, was? Dass du dich nicht sehen, da links irgendwo hoch auf die. Und wo da hoch oder was? Ja. Hat den nicht interessiert. Och, Mann. Weil ich glaube, wenn du da guckst, dann können wir gehen. Oha. Boah, es ist, es ist gefährlich. Und Schaulern, gerade, darüber. Wo lang? Was war ich da? Sobald ich drehe, jetzt kannst du rüber. Arne, noch nicht. Nein, ich weiß nicht, wo lang. Das ist durch, da bin ich nicht so, oder? Und ich würde mal durch das Wort. Und wann? So die Frage. Sieht er mich nur dann, wenn ich in seinem Licht bin, oder sieht er mich immer? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja, das ist echt bitter. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, fuck, da läuft einer. Oh, Gott. Oh, Gott, er sieht mich gleich. Oh, fuck, er hat mich gesehen. Oh, fuck, 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 fuck. Ah, komm hier runter, Junge, ah. Bis zum Buse der jetzt auch darüber reden. Ey, aber auf einmal, gell? Und wo kommt denn der? Oh, Gott. Wer hat mich ausgeschubt? Da geht vor. Das Mensch, wie hier Schutzschild. Ich weiß nicht, wo lang. Da kann man lang, da hat sich genau auf uns halten. einmal da rüber, dann zieht er einmal durch und dann kommt er wieder hier vor. Er macht einen Kreis. Wenn er... Jetzt kann sie hinterher. What the... Ja, die haben die anderen gesehen. Was machen die? Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Ich glaub... Da geht gleich jemand baden. Oh shit. Wurz mal... Wurz mal heilen. Komm, wir haben eine Granate. Ich hab keine. Aber wir haben eine Waffe in den Film. Mal kurz die Typen machen. Gar nicht. Guck mal drauf, Gar nicht. Nee, es geht nicht. Der Wetter. Der Wetter. Der Wetter. Kannst du nicht. Oh Gott. Ich geh mal hier lang. Ich geh mal hier lang. Ja, geh da schnell hoch. Geh da schnell hoch. Ein Arschflug. Wo lang? Nach oben? Oder hoch. Einfach hoch. Oh, da liegt was. Da lag was. Jawoll. Schere. Band. Können wir wieder ein Messer bauen. Äh... Achso. Verdammt. Man ist einfach nirgendwo Sicherheit. Nee. Was ist das? Ich kann welche hören. Na toll. Ja, genau. Er wusste wohl, dass du da bist. Was ist das? Leider nichts zum Werben. Hier liegt ja auch nichts. Was ich benutzen könnte. Du bist ein ganzer Harder. Ja, ein ganzer Harder. Da hat er noch sehr geschützt. Das ist nicht auf dem Kopf. Nee, der sieht mich eigentlich gern. Sehr gut, die anderen kommen auch. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Oh ja. Ich hasse die Kerle jetzt schon. Was patrouillieren so viele auch hier rum? Hier können wir durch. So. Oh. Da liegt bestimmt noch irgendwo was. Stimmt. Guck dir das auch an hier. Oh. Das waren das. Aber sonst. Das war's dann nur. Na ne. Sonst ist er nicht. Da kommen sie nicht durch. Hey. Ich brauche diese Kerle. Schon echt gut an. Oh. Es geht noch besser weiter. Geh runter. Noch ne Patrouille. Los geht in Deckung. Jetzt kommt schon. Oh. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da auch abkommen? Wie sollen die da auch abkommen? Komm mit dem Panzer. Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht aus? So viele Tests. Oh man. Oh. Hat er grad auf mich gezielt? Ja. Ich glaub die haben das gesehen. Das ist ein Backstein. Da sind mehr Lichter. Jetzt was davor. Scheiße. Was? Hat er dich gesehen? Hä? Was? Er hat dich gesehen. Du bist schon lange offen. Der hat dich rausgeschoben. Oh man ey. Die dumme Kugel. Oh leck. Oh leck. Da hier. Ich bin abgeschossen. Ich sterbe. Ah du. Schau. Ich sterbe. Oh Gott. Was? Ich nehme ihn auf. Nicht mit mir. Oh Gott. Ah. Im nächsten Treffer bist du weg. Oh Gott. Ich lebe. Oh. Wo ist sie? Da ist sie. Oh mein Gott. 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 Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. 화iert die behaved einmal이에요. Oh poor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was unterliebt. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. kilogrammsch queremos. Ich hätte mich jedenfalls töten lassen sollen. Dreamslem noodlerum. hast du bestimmt noch mal die möglichkeit jetzt hier irgendwo ach man sieht gut aus bleib hier oh mein gott aber echt vor den wiesen schützen wie hat er mich gesehen weil die dich rausgeschoben hat jetzt ist mein stock kaputt das kann ich nicht mitnehmen hier müssten wir durch passen man müssten aber er ist mit links rum nirgendwo ist so nahe was das kann man Feuerlöscher Feuerlöscher können wir auch gut gebrauchen zum Traufahren falls wir aber ein Feuer löschen müssen ja so lassen wir es da Mist Mist noch mehr Soldaten JA KOMM JETZ ich glaub sie sehen uns nicht verstanden zu den Fahrzeugen ja ich hab ihn ab so wie es aussieht ja ja dann können wir jetzt drückt weitergehen und wahrscheinlich werden wir gleich auf Infizierte treffen ja ja und ja alle hassen uns ja und Feinden mangelt uns definitiv nichts ne ok 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 oh Munition 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 ja immer mal wieder gebrochen nein wir sind noch da wir verschnaufen jetzt dann hier jetzt nix drin da liegen ein paar Teile wir sind immer gut na klar Boss Boss haben wir alles jetzt gerne aber trotzdem mal ja kann man nicht irgendwie was vielleicht wenn wenn das Messer voll ist oder so kann ich das verbessern keine Ahnung ich weiß nicht nee wir haben noch gar kein Messer ach so wir brauchen noch etwas mehr noch eine Klinge mehr dann so wie es aussieht nee es ist der Kreis noch nicht voll im Messer und das heißt ich kann die Klinge noch nicht doch ich glaub das was brauchen wir noch was kann das Band Band haben ja das sind ja aber deine deine Zutaten dafür oder deine deine Materialien wir haben wir in den Ort genau mal drauf kurz ich sage auch mal da steht jetzt hier wenn wir sagen wir haben wir auf dem Band oder du hast ja bisher nur eine Klinge hergestellt so das ist ja das gleiche der Klinge von der Klinge und dem Band habe ich mein Rücken an das ist ein Messer ich habe keine Ahnung mal gucken ich hätte gern das verbessern einfach bei so lang das war nee das liegt h hallo oh Gott Warte, warte Warte rufen rufen uns zurück zurück zum Wald ihr habt es gehört aufladen los gehts da los aufladen die seiten dieses sehen sollen die fahren mit dem auto da oben drüber recht ok sie sind weg was war der plan angenommen wir bringen dich zu den fireflies was dann marlene sie sie sagte sie hätten dort eine quarantäne zone mit ärzten die immer noch ein heimmittel suchen ja kommt uns bekannt vor hat es und das das was mit mir passiert ist der schlüssel zu einem impfstoff ist das hat sie gesagt bestimmt hat sie das hey verdammt man ich wollte das hier nicht ich auch nicht was zur hölle machen wir hier ist wenn es stimmt ich glaube sein was dann joel wir haben es soweit geschafft bringen wir es zu ende muss ich dich dran erinnern was da draußen ist ich verstehe ja ein impfstoff hier lang die chemie passt noch nicht so ganz sonnenaufgang beim rathaus wir stehen sich nicht so gut in einer nicht vor allem und hat eigentlich die feierfälle irgendwo haben sie da ihre Quarantäne zu nachrichtet mitten sollen infizierten Gebiet oder was ich verstehe sehen wir auch nicht habe am anfang haben sie ja erzählt das feierfälle die verantwortung für den vorfall übernommen haben es ist irgendwie eine wird eine wissenschaftliche gruppe oder keine ahnung welche haben wir was falsch verstanden die bereiche um die quarantäne zu wurden heftig bombardiert man wollte so viele infizierte wie möglich das hat gehört der wirst du das dann aber als wäre es weit weg sind wir sicher da sind wir hier vorerst sicher vorerst du springst zuerst los wirfst du runter werde ich vorher auch rostgeküppel unter da drüben ist das rathaus da müssen wir wir müssen da irgendwie durch wir kommen wir da jetzt runter hier soll das Stadtzentrum sein oh Mann jetzt ist mir noch brach dann was ist das nichts zum heilen ey ich hasse das wenn ich nichts zum heilen habe sieht auch nicht gut aus wahrscheinlich müssen wir da noch irgendwo rein oh Mann wie geil ich Employee ich ich muss ich sch du